Musik Der Baum von meinem Haus, das ist ein Symbol eigentlich. Der ist schon etwa 180 oder 200 Jahre. Meine Urgroßeltern haben den schon gepflanzt. Und ich habe immer darauf geachtet, dass er stehen geblieben ist. Überall sind die Bäume, die hier in der Straße waren, abgeschlagen worden. Und für mich war das immer das Symbol des Wachsens und der Wurzel und der Verbundenheit mit dem Boden. Und irgendwelche Assoziationen haben mich immer damit verbunden. Der Baum, der Baum, mein Haus, so weiter. Und ich habe immer dafür gekämpft, dass er stehen geblieben ist. Er hat natürlich hier Raum genommen. Überall hat er bei einer Wurzel gestohlen. Die Straße ist aufgeplattet. Ins Haus hat er sich geschlängelt. Aber ich lasse ihn. Er muss so wachsen, wie er ist. Und das Haus, auch wenn es leidet, spielt keine Rolle. Das Mauerwerk, aber das ist ein lebendiges Wesen. Und zu dem stehe ich. Und ist auch ein wunderbares Gebilde. Was ja auch in meinen Bildern oft vorkommt. Hausformen, Baumformen. Das ist so flatter. Flattervögel, ja. Das wird flattern. Ich schaffe mir eine Welt. Beispielsweise hier durch das Blau. Vorstellung von Himmel, Vorstellung von Wasser. Das ist eine Welt, in die ich nun meine Zeichen setze. Die Straße, in der ich hier lebe, Das ist eine Straße mit einfachen Leuten, mit Handwerkern und so. Die mir eben auch ein Zuhause geben. Also ich habe kein Schloss. Ich habe keine Villa auf der grünen Wiese, schön draußen. Nein, sondern ich bin mittendrin. Und das animiert mich auch zur Arbeit. Das einfache Leben im westfälischen Hagen hat den Malerstar, der hier 1912 als Sohn eines Schlossers geboren wurde, in seiner Einstellung zum Leben und zur Kunst bis heute geprägt. Als er 85 Jahre alt war, sagte er, Ich hasse das Glatte. Ich hasse das Elegante. Ich hasse all diese Dinge, die nur Oberfläche sind. Ich möchte in die Tiefe gehen. Ich habe immer gekretzelt, wie ich auch heute noch kretzel, ja. Es ist ein Stück Kind bei mir in mir geblieben. Ein Stück von dem, was den meisten ja verloren geht, ja. Und wie war so Ihr Werdegang? Der Werdegang, ja. Ja, Schule, Oberjalschule, Studien in Dortmund, Kunstgewerbeschule. Und dann von der Schule fort, weil das von den Nationalsozialisten vereinnahmt worden ist. Man konnte da nicht mehr, wir waren ziemlich frei in unserer Auffassung, junge Leute, ja. Die waren nicht konform. Und ich bin dann weggegangen, weil ich dort nichts mehr lernen konnte und auch das ablehnte, was man dort als deutsche Kunst... Mich interessierten internationale Kunst, mich interessiert die französische Kunst seiner Zeit, nicht? Ich hatte ein Cahier da, da habe ich drinnen geblättert, nicht? Da waren Abbildungen von den Großen, Matisse, Miro, Picasso, Chagall und so weiter. Die hatte ich in Abbildungen in einem Heft. Und das war immer, auch bis in den Krieg hinein, war das immer mein Nachschlagewerk für Kunst. Kunst schlechthin. Nach den frühen, gegenständlich, im Stil der neuen Sachlichkeit gemalten Motiven aus der Vorkriegszeit, suchte der junge Schuhmacher unmittelbar nach Kriegsende für sich einen neuen stilistischen Weg aus der künstlerischen Isolation Deutschlands. Als technischer Zeichner in einem Rüstungsbetrieb Kriegsdienst verpflichtet, hatte der Maler die Zeit der Nationalsozialisten überlebt. Auf den Spuren von Paul Klee und dem Taschisten Wohls wagte er als einer der ersten in Deutschland den Aufbruch in die vom Gegenstand befreite Malerei. Als er 1951 sein erstes abstraktes Bild malte, handelte Schuhmacher aus Überzeugung, setzte der Äußeren eine innere Bildwelt entgegen. Damals gründete er mit Gleichgesinnten die Ruhrgebietskünstlergruppe junger Westen. Sie lehnten den Realismus ab und sahen in der aus Frankreich herüberschwappenden, informellen, formlosen Malerei einen neuen Ansatz. Das war schon eine wichtige Zusammenfassung von jungen Künstlern, die sich damals alleine nicht durchsetzen konnten. In der Gruppe Einigkeit macht stark, da hatten wir Ausstellungen gemacht. Und das ist in den ersten Jahren ein wichtiger Punkt gewesen für die Entwicklung der deutschen Kunst. Kunst hat Kunstgeschichte gemacht, hat sich dann nachher aber die Gruppe aufgelöst, nach kurzer Zeit schon, ein paar Jahre hat sie gedauert. Dann kamen die Rivalitäten auch der einzelnen Künstler. Jeder wollte seinen eigenen Weg gehen, wollte nicht in der Gruppe. Dann kam nach dem jungen Wissen, kam dann der Westdeutsche Künstlerbund und dann kam der Deutsche Künstlerbund und dann kamen die internationalen Ausstellungen. Als der Maler 1958 zu den wichtigen internationalen Ausstellungen eingeladen wurde, war er bereits 46 Jahre alt. Mit seinen spontanen, graffitihaften Gemälden und verletzten, reliefartigen Bildoberflächen überwand der Spätentwickler das konventionelle Tafelbild und setzte in der informellen Malerei ganz neue, kraftvolle Akzente. Schumacher wurde damit Anreger für nachfolgende Künstlergenerationen und einer der führenden Köpfe der deutschen Nachkriegskunst. In den 60er Jahren benutzte er kaum noch den Pinsel, verarbeitete stattdessen Teer, Draht und andere Materialien des Alltags. Den schrundigen Bildkörpern wollte er dadurch Gewicht und Dauer verleihen. Dann liegt da etwas, da liegt eine Kordel, da liegt irgendetwas, das ich dann einfach so mit hineinbeziehe. Ich möchte das nicht mit dekorieren, ich möchte nur sagen, das ist etwas, was dazugehört. Ich habe Blätter mit hineingebracht, weil ich gerne die Natur mit einbeziehen will. Ja, das geht. Der Arbeitsprozess ist beides eben, ja, eine geistige Anstrengung und es ist eine körperliche Anstrengung. Und ich gehe manchmal aus dem Atelier völlig erschöpft heraus. Im Atelieralltag hält sich der 86-Jährige nach wie vor an den Rhythmus eines disziplinierten Handwerkers. Jenseits der Routine muss er jedes Mal aufs Neue die Erfahrung machen, dass sich das beste Resultat nur durch große Konzentration erzielen lässt. Es kommt natürlich aus einem Anfang, der willkürlich ist. Die Willkür wird mit der Zeit zu einer überlegten Malerei, in der ich genau weiß, was jetzt getan werden muss. Ich muss mir überlegen, wie setze ich diese Dinge zueinander, die sich rein zufällig ergeben. Und wenn mir der Zufall zur Hilfe kommt und ich ihn erkenne, ist das kein Zufall mehr. Denn was ich erkannt habe, ist nicht mehr Zufall. Es ist mir zugefallen. Das ist das Motiv, das mich immer interessiert. Und den Oberenker, den habe ich das beobachtet immer. Das sind die Krähen, die Berchtdol. Das ist ein tolles Volk, die mich immer interessiert haben. Die sich gegenseitig hacken und die Brocken wegpicken. Und in Scharen dann so schwärmen, da kommen sie runter. Okay. Ah ja. Schumacher gibt seinen Werken meist erfundene Titel wie Alba, Palam oder Alomet. Er will der Vorstellungskraft der Fantasie keine Grenzen setzen. Seine Bilder vervollständigen sich erst im Kopf des Betrachters. Bilder erklären sich eigentlich durch sich selbst nicht. Man muss sich eigentlich mit dem Bild auseinandersetzen. Irgendeiner hat mal gesagt, mit den Bildern ist es wie mit den großen Herren, man muss warten, bis er einem etwas zu sagen hat. Man kann nicht einfach sich da vorstellen, so was ist das, was ist das, so konstatiert, das ist das und das, fertig, jetzt können wir weitergehen. Aber das möchte ich auch gar nicht. Ich möchte, dass der Betrachter auch vor dem Bild irgendwie teilhat und schöpfrisch wird. Indem er entdeckt, indem er empfindet und indem sich durch längere Betrachtung ihm das Bild auch erschließt. Die Risse und Schmisse Die Schmisse, die angenagten und ausgefransten Flächen, die zerfurchten Oberflächen der Bilder oder die verwischte, getropfte und pastos aufgetragene Farbe stehen für sich selbst. Sie sind nicht interpretierbar. Einer, der seit Jahrzehnten Schumachers Werk als Vermittler und Interpret begleitet, ist der ehemalige Direktor der Landesgalerie Nordrhein-Westfalen, Werner Schmalenbach, ein renommierter Kunsthistoriker. Das Spezifische in der Kunst von Emil Schumacher ist wahrscheinlich der intensive, unglaublich charakterstarke Dialog expressiver malerischer Gästen und einer expressiven malerischen Epidermis, einer malerischen Haut, einer malerischen Materie. Es waren die Jahre dieses Material, des Materiekultes in der europäischen Kunst und da hat er seinen Platz und der Platz ist, wie ich glaube, doch sehr entscheidend charakterisiert. Durch diese doppelte Expressivität, einerseits die mehr oder weniger passive, auch aktivierte, durch Zerfurchungen und alle möglichen Eingrabungen, Eingravierungen, expressiv aktivierte Materie und demgegenüber große, einerseits dynamische, andererseits in ihrer Dynamik immer auch zurückgehaltene, expressive Gästen. Wenn die Bedeutung eines Menschen an seinen Ehrungen und Auszeichnungen gemessen werden kann, dann steht es um Schumachers Rang nicht schlecht. Seine wohl wichtigste Anerkennung war 1981 die Aufnahme in den Orden Pulemerit, in die Gemeinschaft von hervorragenden Gelehrten und Künstlern. Aber auch Schumachers Beteiligungen an verschiedenen Dokumenta-Ausstellungen, der Biennale in Venedig, seine Professuren an den Akademien in Hamburg, Karlsruhe und Minneapolis gehören, wie die künstlerische Ausgestaltung des ehemaligen Reichstagsgebäudes in Berlin, zu den zählbaren Erfolgen einer außergewöhnlichen Künstlerkarriere. Vier Gemälde von Emil Schumacher hängen im Empfangsraum des Bundestagspräsidenten. Dass er zum hochkarätigen Kreis der ausgewählten Künstler gehört, hat, wie die anderen Auszeichnungen, das Selbstbewusstsein des Handwerkersohnes aus Hagen gestärkt. Ja, Erfolg ist für jeden Menschen oder auch für jeden Künstler wichtig. Das ist ganz klar. Das sind so Anfeuerungsimpulse, die immer wieder neue Möglichkeiten ergeben, wieder das Vertrauen stärken zu sich selbst. Die Zweifel sind ja ohne dies da. Es gibt immer Zweifel daran. Ist es das, was du gemacht hast? Ist das beständig? Kann es noch in einigen Jahren bestehen? Hat es noch Ausstrahlungskraft? Wie beispielsweise die alten Meister, wenn ich an Rembrandt denke, wie er immer noch Impulse herübergibt, wie ein Sender und wie er sie noch auffangen kann. Sie sind nicht verblasst, sie sind immer noch da. Und so ist es auch meine Forderung an ein Bild, dass es auf Dauer ist. Es darf kein Tagesereignis sein, es darf kein Brillantfeuerwerk sein, kein schönes Bild, es muss ein wahres Bild sein. Es muss aus der echten Persönlichkeit herauskommen, die etwas sagt. Paris, Herbst 1997. Im Musée Jeux de Pomme erfüllt sich einer der größten Wünsche Emil Schumachers. Zum ersten Mal wird an diesem bedeutenden Ausstellungsort für zeitgenössische Kunst ein deutscher Maler mit einer Retrospektive geehrt. Schumacher auf dem Weg zu seiner bisher triumphalsten Ausstellung. Die Pariser Kunstszene ist Ausländern gegenüber sonst eher zurückhaltend. Schumacher wird in Paris aber nicht als Ausländer empfunden. Man ehrt den Freund, den von Frankreich Begeisterten und ist fasziniert von seinem bedeutenden künstlerischen Werk. Für die Generation Emil Schumachers war nicht wie heute New York, sondern Paris, Dreh- und Angelpunkt der internationalen Avantgarde und ein Mekka für Künstlerträume. Deshalb kehrt er auch immer wieder hierher zurück. Die Ausstellung hier im Jeux de Pomme, das ist außerordentlich. Das ist ein wunderbares Gebäude im zentralen Paris. Das ist eine Auszeichnung, die ich zu würdigen weiß. In diesem Haus waren ja die Impressionisten ehemals, nicht? Und das war ein ganz besonderer Anziehungspunkt für mich, als ich hier gesehen habe. Und ich hätte nie geglaubt, dass ich mal hier hätte eine Ausstellung haben können. Immer wieder besuchte er das Café de Margot, wie damals als junger Mann in den 30er Jahren. Wo heute vor allem Touristen dem Existenzialisten-Flair der 40er und 50er Jahre nachspüren, war in der unmittelbaren Vor- und Nachkriegszeit ein Treffpunkt der Bohème, der Literaten, Maler, Bildhauer, Theaterleute und Musiker. Seit 15 Jahren bin ich in Paris gewesen. Als Penele in den Ferien habe ich mich aufs Fahrrad geschwungen und habe dann den Weg über Köln, Aachen, Lüttich, Namur, Beuze, Chalois, etc. bis Paris, mit dem Fahrrad. Was hat Sie hierher gelockt? Ja, ich wollte ja im Louvre mal gerne die großen Meister sehen, was immer schon mein Wunsch war. Ich bin mir schon für Malerei interessiert. Und es ist dann auch gelungen, ich bin dann in den Louvre gegangen und ich hatte so einen alten Soldatentonister auf und der Fördner, der hat mich ganz groß angesehen. Was wollte ich dort, ne? Und habe ihm erzählt, also da hat er gelacht und hat mich reingelassen, ja. Wie sind Sie denn eigentlich zur abstrakten Malerei gekommen? Sie haben ja erst gegenständlich gemacht. Hat da Paris auch eine Rolle gespielt? Ja und nein. Ich meine, ich kann es selbst gar nicht nachvollziehen. Wie kommt man zu etwas? Wie kommt die Jungfrau zum Kind? Ich habe ganz einfach angefangen. Ich war mit dem, was ich gemacht habe, die ersten Einflüsse der expressiven Malerei. Das war eine kurze Zeit, die auf mich zuerst die gegenständliche Malerei. Alles Blumensträuße gemalt, Landschaften gemalt und so weiter. Draußen vor der Natur. Und dann kommt eines Tages kam die Unzufriedenheit und auch, man hörte, es ist etwas anderes in der Luft. Man macht etwas anderes und ich selbst spürte auch eine Unruhe in mir. Es konnte nicht so bei dem bleiben, was ich machte. Und dann kam die Entwicklung. Aus dem Vorhandenen heraus entwickelte sich, dass zum Beispiel eine Berglinie auf einmal ein Segment aus einem Kreis ist oder Ähnliches. Und auch von der Natur dies abstrahierend und immer mehr zur Ungegenständlichkeit. Das Motiv spielte dann nachher keine Rolle mehr. Es war dann die Malerei an sich. Und ich bin froh, dass ich eigentlich über diese ganzen modischen Entwicklungen hinweg doch immer noch zu mir zurückgefunden habe und bei mir geblieben bin und das gemacht habe, was ich immer gemacht habe. Ich habe mich selbst verwirklicht in meinen Bildern. Mein Leben war eigentlich immer meine Malerei. Trotz jahrzehntelanger künstlerischer Erfahrung kann und will sich Schuhmacher auf Routine nicht verlassen. Er kämpft regelrecht mit der Form und den Farben. Bei jeder in Besitznahme einer Leinwand oder eines Blattes fängt er wieder bei Null an, nicht wissend, wohin ihn der kontrollierte Zufall führen wird. Ich bin froh, dass ich mich selbst verwirklicht. Ich bin froh, dass ich mich selbst verwirklicht. Das ist völlig anders, ja. Das ist immer ein Wabangspiel, immer ein Risiko. Und wenn man das Risiko nicht eingeht, dann ist es nicht gut. Das spürt man auch. Man spürt auch immer wieder, das gibt auch die Glaubwürdigkeit des Bildes. Wenn man ablesen kann, das ist ein Bild, das hat etwas erlitten. Da ist etwas mit passiert und das strahlt auch aus. Man kann sich dem nicht entziehen dann. Bilder, die so aus der Lamen gemacht sind. Na ja. Die sieht man sich an und dann hat man es gesehen und hakt satt. Gibt es dann eigentlich einen Moment, einen Punkt, wo Sie sagen, das Bild ist fertig? Das Bild, ich sage nicht, das Bild ist fertig. Das Bild hat einen Standpunkt erreicht, einen Zustand erreicht, wo ich meine, hier kann ich nicht mehr viel drin machen. Das kann nur zerstört werden. Und wenn ich über diesen Punkt hinausgehe, dann kann es auch wirklich zerstört werden. Das Bild, ich sage nicht, das Bild, ich sage nicht, das Bild. In Schumachers virtuosem Spätwerk der 80er und 90er Jahre kommen nun fast gegenständlich seine Erlebnisse, Erfahrungen und Erinnerungen aus der Alltagswelt ins Spiel. Das sind Pilze, getrocknete Pilze. Und zwar sind das Pilze, die ich im Garten gefunden habe. Die haben mich so inspiriert wegen ihrer Form und ihrer Farbe und als solches, auch als Gebilde. Sie kommen plötzlich unerwartet aus dem Boden. Auf einmal sind sie da und ich habe sie dann genommen, ins Atelier gebracht hier, sind eingetrocknet und das Ergebnis ist hier zu sehen. Sehen Sie? Das ist doch ein wunderbares Gebilde. Also diese Strukturen, die haben mich so angerichtet, dass ich eine ganze Serie von Pilzbildern gemacht habe, wegen ihrer Form und wegen ihrer Eigentümlichkeit. Und das sind als Formen, die in mir liegen, die ich auch verwirklichen möchte, die im abstrakten Gebilde vorhanden sind. In erster Linie sind es Darstellungen von Formen, von Linien und in zweiter Linie sind es dann Pilze oder Naturdinger. Natürlich will ich hinter die Dinge sehen. Ich will nicht nur die äußere Schale, ich will auch das Wesen, das Wesen der Dinge mit zum Klingen bringen. Und dabei aber auch so etwas hier, das nicht ist wie Gegenstand, sondern das ist einfach wie so. Ich sehe die Welt in übersetztem Sinne. Auch im reifen Alter zeigt sich Emil Schumachers Innovationsgeist und Vitalität ungebrochen. Seine Erfindungslust setzt sich ständig neuen Abenteuern aus. Dennoch, neue Kunstrichtungen wie Popart, Hard Edge und alles, was danach kam, irritierten ihn. Aber sie irritierten nicht seine Malerei. Das hängt mit meinem Charakter zusammen oder meiner vorgegebenen Veranlagung. Da kann man sich nicht herausschleichen, wenn man etwas macht, dann muss man der eigenen Person entsprechend etwas suchen. Das ist bei mir das Dunkle. Und aus dem Dunkeln heraus ist auch die Arbeitsweise, aus dem Dunkeln heraus entwickelt sich dann mehr und mehr zum Hellen hin, bis zu dem hellen Weiß, ganz starken Weiß, das dann die letzte Steigerung des Bildes ist. Aber was mir vorschwebt, ist immer ein Bild, das aus einem neuen schöpferischen Impuls heraus entsteht. Ich will nichts wissen, ich werde wissen durch das Tun auf der Leinwand. Das ist ein Bild, das in der Leinwand. Auch im Spätwerk zeugen die Oberflächen seiner Bilder von der Auseinandersetzung und dem Kampf mit den Materialien. Doch die Farben fließen und strömen stiller. Er vertraut ihrer großen, klaren Ausstrahlung und der zeichnerischen Kraft seiner typischen, überwölbenden, schwarzen Strichbögen und den spannungsgeladenen, landschaftsartigen Liniengeflechten. Die Linie muss nicht nur eine Linie an sich sein, eine Linie, die ästhetisch schön ist, sondern es muss eine Linie sein, die etwas beschreibt, umschreibt, etwas ausgrenzt, etwas eingrenzt. Und das ist dann in vielen Fällen so etwas wie Gegenstand wieder hereingeholt in das Bild. Es ergibt dann aus der Linie, ergibt dann ein Horizont, eine Horizontlinie, ein oben und unten. Und aus der Horizontlinie heraus hat sich dann entwickelt der Körper eines Wesens, eines Tieres und weiter gesponnen, dann Gegenstände, die noch nicht zu benennen sind und etwas, das noch das Geheimnisvolle mit hineinbezaubert. Aber es sind keine Pferde, ich will keine Pferde malen, ich will keine Kühe malen, ich will keine Demonstriere malen, sondern ich will ganz einfach Wesen und ich will etwas Neues machen, nicht? Natürlich sind Assoziationen da zu dem Gegenstand, zu der Figur, zu dem Wesen, Aber es sind immer selbsthergestellte, selbsterfundene, die Wesen, die haben gar kein Leben in der Wirklichkeit, sondern sie haben nur Leben auf der Leinwand und auf dem, was sie uns übermitteln. Wenn Schumacher die Leinwand traktiert und attackiert, ist das für den Maler körperliche und geistige Schwerstarbeit. Ich sehe das Bild immer als ein wildes Tier an, das man zählen muss. Das habe ich immer so empfunden. Man muss es herausfordern, durch irgendwelche Gesten, auch durch irgendwelche Attacken, muss man an das Bild, an die Leinwand oder an die Holzstafel, die ich ja in der Hauptsache auch bearbeite, muss man herangehen, um es auch zu öffnen. So ist es ein Wechselspiel zwischen Frage und Antwort. Sein Arkadien, seinen ländlichen Gegenpol zur Industriestadt Hagen, fand Schumacher auf Ibiza, wo er seit Jahrzehnten regelmäßig im Sommerquartier bezieht. Hier, in der karstigen, kargen Natur der Insellandschaft, fand er die krustigen Erdfarben und das intensive Blau, die seine Palette bis heute prägen. Neben dem Licht und den Farben und Formen auf der Insel, faszinieren ihn auch Fundstücke, mit denen er korrespondieren kann, die ihn inspirieren und herausfordern. Wenn man mit offenen Augen über die Insel geht, dann bietet es sich doch vielerlei. Zum Beispiel Steine oder Fundstücke, die das Meer angeschwemmt hat. Steine, wie zum Beispiel hier diese, ich gehe seiner Formation nach, seinen Höhen und Tiefen, zeichne Figuren, zeichne blaue Flecken. Das ergibt sich plötzlich etwas, was stein geblieben ist, aber auch Kopf geworden ist. Dann zum Beispiel ein Fundstück, das das Meer angespült hat. Diese Bewegung, dies wie Haus, dieses wie Wellen, blau, weiße Gischt. Alles Eindrücke, die in den Zeichnungen wiederkehren. Werden die Studien aus dem Süden erst im Hagener Atelier zu Gemälden, kommt Schumacher im kleinen italienischen Ort Cunardo unmittelbar an Ort und Stelle zur Sache. Schumacher, der in seine Bilder Metalle, Stoffe und auch Erde hineinarbeitet, modelliert in Cunardo ganz in Ton. Wie auf der Leinwand setzt er Zeichen hier auf Keramik. Das ist ein Spiel. Man muss die Spielregel kennen. Es muss absichtslos passieren, das, was man macht, was man tut. Das muss mit Begeisterung gemacht werden und mit Entdeckerfreude. Man muss immer etwas Neues finden. Und dann bleibt es auch lebendig. Und es wird keine Manufaktur. Meine Malerei ist ja auf Material und Struktur mehr oder weniger aufgebaut. Also ich liebe das Tastbare, das Fassbare und das Direkte. Und eben der Ton und die Keramik, die hat etwas davon. Ich kann mich eben da auf Picasso berufen. Der hat ja auch die Keramik aus dem Kunstgewerbe herausgeholt und hat eine freie Kunst daraus gemacht. Und ich finde, man muss dabei experimentieren. Man muss all diese Dinge über Bord werfen, die man unter Keramik versteht. Emin Schumacher liebt zwar die entschiedenen Kontraste, ist jedoch kein Verfechter extremer Positionen. Spontanes Handeln und Abwägen halten sich bei ihm die Waage. So wird das heimische Atelier vom experimentierfreudigen Künstler, aber auch vom soliden Handwerker geprägt. Von großer Kunst und von der Poesie der einfachen Dinge. Um Konsistenz und Stofflichkeit der Farbe zu bestimmen, stellt er sie immer noch selbst her. Fertige Tubenfarben mag er nicht. Die sind ihm zu flüssig, elegant und körperlos. Als der Erfolg in den 70er Jahren vorübergehend ausblieb, weil gerade ein anderer Zeitgeschmack konform war und sich der Kunstmarkt vom Expressiven informell abwandte, hielt Schumacher seine Auffassung von Malerei die Treue. Trotzdem, Wiederholungen sind dem Grenzgänger zwischen Abstraktion und Realität ebenso fremd wie das sture Festhalten an einer Stilideologie. Erst später in den letzten Jahren hat es sich herauskristallisiert, dass ich meine, das Abstrakte, das Gegenstandslose ist etwas, was sich leerläuft. Man darf keine Formel bilden in seiner Malerei, so Erkennungszeichen, Markenzeichen und so weiter. Das ist nicht gut. Man muss wechseln, man muss immer Neues mit hinzuziehen, was man gerne, was man sieht, was man erlebt hat. Aber das ist informell, was ich seinerzeit auch, und das ist ja auch jetzt in meinem, diese lockere Aneinanderfügung von Flecken, von Farben, dieses manchmal Unverbindliche, aber dann möchte ich aber auch das Verbindliche haben. Ich möchte nicht, dass La Polar dieses nur um des Strächers, um der Farben willen, sondern ich möchte, dass die Linien, die Farben für etwas ist, stellvertretend sind für die Welt. Ich meine, das draußen, Natur und so weiter, Gegenwärtigkeit und Zeit und so. Diese Empfindung, das muss alles mit hinein, muss mit den Mitteln der Farbe, der Form und der Linie und so weiter ausgedrückt werden. Das muss Inhalt haben. Für den Maler Schumacher ist nicht die Stadt, sondern die Natur unerschöpflicher Ideenfundus. Beim täglichen Spaziergang mit seiner Frau finden sich in der westfälischen Landschaft Formen, Farben und Materialien, die später im Atelier verarbeitet werden. Nicht als plattes Abbild der Wirklichkeit, sondern um das Strukturelle, für ihn Geheimnisvolle, hinter der optisch wahrnehmbaren Welt zu erfassen und zu ergründen. Man weiß nicht, dass ich die kopiere. Die Eindrücke werden in Übersetzten in meinen Bildern integriert. Es kommt immer wieder ein neuer Aspekt. Zum Beispiel hier, diese sich blätternden Baumstümpfe. Das ist alles in meinen Bildern enthalten, nur in anderer Form. Und ich finde auch immer wieder neue Anregungen. Ich muss den Stillstand immer überwinden, immer wieder neu andrehen. Und die merken es ja auch hier in der Landschaft. Es ist auch kein Stillstand. Frühling, Sommer, Herbst und Winter, es ist immer eine ständige Bewegung. Ich finde das eine wirkliche Auffrischung meiner Möglichkeiten. Wenn ich hier durch die Landschaft gehe, kann ich meinen Gedanken nachgehen. Auch an der Schwelle zum 21. Jahrhundert ist sein Werk noch nicht abgeschlossen. Dass Schumachers Kunst so unglaublich jung geblieben ist, hat nicht nur mit seiner bewundernswerten körperlichen und geistigen Kraft zu tun. Es ist vor allem seine ungestimmte Neugier an der Umwelt und der Malerei. Für ihn ist das nichts weiter als eine Form von gesteigertem Leben. Ja, ich versuche immer wieder auszubrechen. Ich habe immer noch so viel Kraft, dass ich es mir erlauben kann. Es steht noch nicht still. Es umordet immer noch. Es ist ein bisschen mehr, es ist ein bisschen mehr, es ist ein bisschen mehr. Bis zum nächsten Mal.